Ja, wir waren schockiert, wir waren erschrocken, weil wir sind auch Hoteliers mit Leidenschaft, wir sind auch sehr inselverbunden, das ist unser Zuhause, hier haben unsere Großeltern schon gelebt, unsere Kinder werden hier groß, aber Fakt ist ja auch, dass die Firma da draußen nicht nur für drei Jahre investiert. Also das wird uns 20 Jahre begleiten und was ist mit dem Rückbau?